Oh, hey, da sind wir oben. Und los geht's. Liebe Zuschauer, wir wollen euch jetzt die Geschichte von den Schildbürgern vorspielen. Die haben in der Stadt Schilder gelebt, vor langer, langer Zeit. Die waren damals sehr berühmt, alle Menschen haben über sie gelacht. Ob es die Schildbürger jetzt auch noch gibt, das möchtet ihr wohl gerne wissen. Auch das werden wir euch zeigen. Nun, passt auf. Schildbürger, kommt mal alle hinher auf den Marktplatz. Was ist los, Bürgermeister? Warum leuchtest du? Wir brauchen ein neues Rathaus. Und ihr müsst alle mit helfen beim Bauern. Gut, lasst uns gleich anfangen. Schildbürger, kommt mal alle hinher auf den Marktplatz. 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 der muss zu uns Kindern gehen. Sich, 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 der Tisch nach oben an den Tisch. Sich, 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 der Tisch nach oben an den Tisch. Wer wird weiß, wie er an der Verdehn, der muss zu uns Kindern gehen. Hoch, 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 Hoch Gleich haben wir's geschafft. Da fehlt dabei noch das Dach. Dach, 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 Dach. So, jetzt ist es fertig. Komm, lass es uns gleich mal ausprobieren. Komm, lass es uns gleich mal ausprobieren. Was machen wir da bloß? Da müssen wir Licht reinbringen. Aber wie? Ganz einfach. Wir tragen es mit Eimern und Säcken hinein. Oh ja, hier draußen sammeln wir das Licht ein und drinnen lassen wir es wieder raus. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020